herzlich willkommen zu einer neuen folge unserer endlos story wir suchen die anleitung für einen generator viel Spaß und den Helm kann man nochmal waschen das war es jetzt wahrscheinlich mit waschen hier aber hier sind auch ein Klo bestimmt so dann waschen wir den auch noch mal ausziehen 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 so ich glaube den ganzen Elektronik Schrott dass ich tatsächlich mal hier und das auch das brauche ich jetzt nicht alles mitschleppen da muss ich hier auch mal eben gucken komm dann essen wir die mal Brotmesser brauchen wir auch nicht die essen wir dann brauchen wir noch mal eine und lesen die einfach mal und die auch können wir mal gerade ein bisschen hier die Zeit rumbringen äh Dosenöffner kann da noch rein hmm So, was gibt's hier? So, ich glaube, alle weiteren Kippen lasse ich jetzt mal liegen. Und die nachfolgenden Raucher ist schwer. So, dafür nehme ich jetzt mal hier die Halskette, wenn du hier immer so eine Randale machst. Ach, so ein Wasserspender ist natürlich cool, ne? Wenn man den nämlich im Haus hat, dann kann man da ganz schön viel Wasser dran lagern. So, was haben wir denn hier noch? Ach, ich glaube echt, dieses Lager da unten, das war so ein bisschen die einzige Chance, wo man das hätte finden können. Puh. Ich kann jetzt auch nicht großartig hier Bücher mitnehmen. Weil ich überhaupt keine Tasche habe. Hm. Na toll. Den Eimer, den brauche ich jetzt auch nicht mitnehmen. Ich kann wenigstens nochmal meine Wasserflasche füllen. So, dann gucke ich mal, wie weit die Tanke weg ist. Da ist eine. Hier bin ich jetzt. Hier bin ich jetzt. Bis ich das gefunden habe, was ich suche. Oh. Feuerzeug. Na ja, habe ich jetzt ja. So, wo geht's denn hier bitte hin? So. 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 Das ist nun wiederum witzig, wenn es schneit. Dann sieht man besser hier. Ich habe noch einen freien Finger. Warte. Oh, da stand ein Auto. Daheim steht ein Auto mit Hänger und noch ein Auto. Lenke ich eigentlich meiner Taschenlampe jetzt hier die Zombies an? Hm. Das ist nun ein Auto mit Hänger und noch ein Auto mit Hänger und noch ein Auto mit Hänger. Jetzt hätte ich gerne einen Autoschlüssel hier. Ginge das? Achso, warte. Der alte Trick. Hast du den Autoschlüssel? Hallo. Hier. Im Kleinwagen werde ich jetzt wahrscheinlich wieder fündig. Achso, warte ich. hier. Manchmal liegen die ja auch im Gras, aber das ist natürlich noch schwieriger zu sehen. Gucken wir mal beim anderen Parkplatz, da habe ich auch ein Auto gesehen. Hm, sieht mir nach einem Unfallwagen aus. Oh, das gehört doch jemand. Oder gehört das dem Bauarbeiter, der hier zugange war? Da muss ich ja mal eben gucken. Die Reisetasche, die muss ich ja eben sofort auf den... Ach nee, hier Straßensperre und so, das ist... Der sollte sich wahrscheinlich hier um den Gully kümmern. Geil. Geil. Okay, warte. Jetzt kriege ich wieder den Hals nicht voll. Jetzt will ich nämlich hier noch Benzinkanister mitnehmen und... Jetzt geht noch Benzin abzapfen. So, hier war keiner. Hier war... Ich weiß mir immer nicht, wo man stehen muss. Beziehungsweise, wenn da nichts drin ist, gibt es natürlich auch nichts zu holen. Hier, Kraftstoff absaugen. Hier ist was drin. Ist das dein Auto? Gürteltasche von... Alter. Das läuft ja mit hier. Wenn ich gleich noch die Betriebsanleitung finde, dann... Wölfe? Oder wie? Nee, nicht Kraftstoff hinzufügen. Kraftstoff absaugen. Alles füllen. Ich könnte diesen Hänger noch mitnehmen. Oh, hier ist richtig was drin. Sooo... Sooo... Also, das ist ja jetzt hier unser quasi. Warte mal, da können wir erstmal Kram in den Kofferraum tun. Jetzt sollte ich auch noch mal gucken, ob der überhaupt fährt. Das mach ich mal erst. Dass hier irgendwas voll kaputt ist. Das sah jetzt zwar nicht so aus, aber... Äh... Oh. Soviel zum Thema. Ok. Hm, 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 hm. Ich dachte nicht mehr. Uah! Hahaha. Ich sollte aufhören. So schlecht aufzupassen. So, ich hab auch irgendwie zu viel mit. Oh! Oh, nee. Fuh! Oh, du schlusser? Also ich habe schon mal öfter Autoschlüssel auf der Straße gefunden als in diesem Durchgang. Ist irgendeins von diesen Autos deins? So, bei Licht können wir hier nochmal etwas besser gucken. Hmm. Entschuldigen Sie. Was ist jetzt denn? Jetzt, wo es hell wird, meint ihr, könnt ihr wieder nicht sehen. Okay, na gut. Dann brauchen wir mal was zu essen. Wird der nicht schlecht, der Kuchenteig? Das ist jetzt auch Quatsch hier, Kuchenteig mitzunehmen, ne? Da, die Milch will ich immer mitnehmen. Wieso ist denn eigentlich in meinem... Ach, wegen der... Das war jetzt auch echt unschlau. Ich esse mal ein bisschen Zucker. Das ist bestimmt total gesund. Ist so ein bisschen unschlau, dass ich diese ganzen... Benzinkernis da jetzt dabei habe. Ich hätte mal besser erst gucken sollen, was für ein Zustand das Auto ist. aus dem Küchenmesser, ne? Frisches Brot? Okay. Wieso ist hier vor Schuss Brot? So, Time for Sport brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Ja, es gibt dort... Was könnte es da geben? Ich habe ja schon die eigentlich beste Waffe. Ah, hier, Footballhelm. Warte mal, der hat 100, 100. Der auch, aber... Isolierung und Winddichte, warte mal. Den nehme ich mal. Und dann packe ich den hier rein. Die Schutzbrille packe ich da auch mal rein. So, was habe ich jetzt hier schweres? Der Zucker, ne? Muss ich das alles essen? Wenn man sonst nichts hat. Ich bin ja untergewichtig, das kann jetzt nicht so schön sein. Ja, die sind auch grundsätzlich gut, aber brauchen wir nicht. So, was haben wir hier als nächstes? Klamotten. Ein Autoschlüssel. Welches wird mein Auto sein? Der Kleine? Der Kleine? Der Kleine? Der Kleine? Der Kleine? Oh nein. Der Kleine? Die Kleine? Wer den Kleine? Ja. Die Kleine? Der Kleine? Für welches Auto habe ich jetzt hier den Autoschlüssel gefunden? Das ist ja merkwürdig. Oder steht der vorne? Hm, Möbel? Da steht auch kein Auto. Hm, jetzt habe ich einen Autoschlüssel und kein Auto. Mal sehen. Der nächste Parkplatz kommt bestimmt. Hallo? Ja. Mhm. Hm. Ist das Schloss auch kaputt? So, warte, 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 warte. Da ist ein Spielplatz. Hm. Ja, ja, kommen sie näher, kommen sie ran. Ich warte mal hier. Guck, hier ist auch noch einer. Den können wir mal eben noch. Falls ihr euch fragt, warum ich die ganzen Digital-Uhren zerlege. Wegen der XP-Elektrotechnik. Damit ich dann irgendwann mal Autos auch kurz schließen kann. Du stehst nicht wieder auf. Den Trick kenne ich jetzt schon. Da bin ich jetzt ein paar Mal dran gestorben. Ich bin jetzt ein paar Mal dran. Man muss nicht mehr auf. Ich bin ja. Da bin ich. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. So, jetzt muss ich mal gucken, Sweet Pea, ah, da sind die Videos, Chiropraktika-Service, leere Benzin-Karlister, cool. So ein Auto wäre ganz cool. Hm, gibt es hier was Leckeres zu essen? Man, ich bin überladen, ne? Das ist ein bisschen doof. Oh, Jagdmesser, das ist besser als ein Küchenmesser. Ach, ich habe zu viel dabei. Guck mal, ich habe einen Hammer zu viel, ich habe eine Kelle zu viel, Elektroschritt zu viel. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ich hier für Quatsch dabei habe. Also, die kann weg. Die wie ich zwei und die auch. Oh. Hm. 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 Vielen Dank. So, warte, was gibt's hier? Schokolade. Irgendwo ist hier doch noch einer. Ach, wie viel es hier gibt. Meine Güte. Ich muss mal gerade gucken, dass ich die alle mal an die gleiche Stelle packe, sonst sehe ich ja gar nicht. Ja, da kann einer nämlich weg. Davon auch. So, eins haben wir, acht haben wir. Mmh. Guckschuh, sieben, sechs. Woodcraft. Woodcraft, fünf. Carzone ist, glaube ich, auch einer. Guckschuh. Woodcraft, fünf. Hammer. So, Survival. Eins, zwei, drei, vier. Guckschuh, fünf, fünf, fünf und sieben. Haben wir. Guckschuh, fünf und sieben. Haben wir. Guckschuh, zwei. Guckschuh, zwei. Okay. So, und jetzt. Ach du liebe Zeit, ey. Guckschuh, vier. Hier ist ja alles. Wieso steht das eigentlich nicht sortiert? Oatcraft 5, mal schauen. Kason 1 auch. So, 4, 5. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Ich glaube nicht. Das aber. 5 haben wir. Oatcraft 3. Kason 3. Oatcraft 2. Wo klopft es denn jetzt hier eigentlich? Ach, so, Kason 1. Kuk Show 7. Das ist echt so fies, wenn das immer überall so klopft. Kuk Show 4 und 7 haben wir schon. Das ist natürlich klar. Wir müssen alle Läden abklappern. Und das einzige Auto, was irgendwie zu fahren ist, ist auch noch ganz schön hinüber. Was ist denn nur los? Wir haben Pech. Ob uns das Pech in der nächsten Folge auch weiter verfolgen wird, werden wir sehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.